Jesus Ich mach heute ohne den Kopf GZ Jetzt reg dich doch nicht so auf Ich bin halt leicht reizbar Okay Ich weiß, ich hab noch nicht gefäbt Machst du das bitte noch vorm Ranked? Ja, ich pausiere nachher kurz halbe Stunde So, ich muss mal kurz den Stream posieren Ich bin seit 10 Minuten zurück Ich mach während dem einen AFK-Stream rein Und mute mein Ding Da hörst du es zu muten Da hörst du es am Hintergrund so Aua Fodse Dumme Fodse Oh, ich bin so dumm heute, echt Und Wenigsten Spots schaffe ich zu töten Juhu Vielleicht auch ein bisschen, einfach ein bisschen der Server Und du meinst, du bist nur schlecht dabei Ich bist gar nicht so schlecht, nur Macht dich der Server schlecht Ja, daran wird es liegen Hallo, ich werde dich doch Jetzt lass dich doch ein bisschen aufmuntern Wenn ich irgendwas Nee, irgendwie heute nimmer Heute echt nimmer Ich bin heute Premiere-Servern Reinkommen? Hashtag, ich muss ja Und wie wird dich das? Hä? Nee Yes, sir Ich erwarte auch gar nichts Nein! Äh Maul jetzt! Junge Spastiger, Spast Jo Boats Okay, dann ist echt soo'n Hype Wenn ich den Die 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 der macht die ganze zeit headshots gell und dieser andere typ spielt ich weiß nicht ob die wirklich legit spielen also ich will ja nicht sagen aber die noch mehr die viele headshots und also insta headshots freut mich für sie dass sie so gut sind komischerweise immer wissen wo ich bin eben ist zu schocker zu löser mich ja auch fertig aber der macht anderen 360 und gibt mir dabei noch Ich hab doch einen Headshot Ich glaub ich mach sie nicht Wichser Leck doch meine Ja die kommt Refused Hacked Ist mir so egal Hallo ihr Bots, kommt wenig Schuss raus, wenn ich euch anschiebe es Verzieht euch nicht ins Loch Das glaub ich ja nicht Hä, wie, was zum Wieso macht es dem denn nix aus Ich schieß den die ganze Zeit ab Ich seh doch nur seinen Kopf Spaß Manchmal versteh ich es nicht Alles klar Ich hab Spaß, ich hab Spaß Ich will fahren, ich will fahren Ich mach mir einfach mal eine Einladung an Gleich doch Weil Keo kommt, musst du dich ja nachher nicht mehr so aufregen, weißt du Hast du nachher Ruhe Ich will zumindest einen von diesen Typen noch killen, ey Leck mich echt Jo, ich komm Mein XP ist weg Also wenn du Von dieser XP hängst Von dem zweiten Also ich häng genau an diesem Ding Was unter unserem Namen steht Und an diesem anderen Ding Hange ich keinen Zentimeter Und das kannst du ja gar nicht verlieren Kann Shokuyon Herial nicht auch vielleicht einladen Wenn er schon die ganze Zeit mitspielt Ja, das war der Falsche Er ist schon da Ich glaub ich hab ihn eingeladen Ja, sag mir das doch Weil das Er steht nicht im Chat Ich dachte, das war nicht so Was spielen wir jetzt? Casual? Ne, ne, Deathmatch Ich wollte einfach einen anderen Server Weil vielleicht ist der Beste Vielleicht hat der auch vorher wirklich gelaggt Und hat Ja Auf jeden Fall war's komisch Komisch genug zu quitten Eben, gell Was gehst du jetzt voll ab? Machst ein 100 zu 0 Unwahrscheinlich Guck, das schon kill Aber schon ein 1 zu 0 Ach Gott Oh oh Von der Orper Nicht gegen die Orp laufen Ich will meine Musik grad eigentlich ein bisschen leiser machen Ich weiß gar nicht, warum ich sie so lautisch Irgendwie wird sie mir nach einer Weile immer zu laut So ich besser Kann man sich wenigstens konzentriere Oh, einen von denen da hinten machst du, gell? Ja Hä, hab ich nicht mal einen Assist bekommen? Okay Ne, warst du schlecht für einen Assist Dein Vorles und jetzt sag mir bitte nicht, du darfst nix mehr Ich will das nicht mehr hören Nie wieder Das höre, das sag ich doch jetzt gar nicht mehr Bis jetzt ist deine Motivation ein bisschen zurückgekommen So Minimal Pro kill 15 ZACK ZEFIX Jetzt dreht er sich um und gibt mir den Herner Was ist denn? Was ist denn bloß mit dir? Boah, Autosniper Jo, hatte dein Teammate grad auch Und der gleiche Teammate hat das immer noch Unexpected Und während dem Deathmatch erwartet man eh von niemandem irgendwas Wie kommen denn die Leute immer drauf? Erwartet mich denn nicht wie immer Sie ist zum Thunder Ja Genau dafür ist ja der Game Mode jemand Ja Ranked sind ja kein von Die sind ernst Wenn du darauf verkaukst dann Ja klar Dann, dann kommt die virtuelle Schelle Dann wirst du VAC gebunden Also nicht Weil du so schlecht bist Weil du so schlecht bist Ja Wenn du Spaß hattest Wenn man Spaß hat in Ranks dann wird man VAC gebunden Das ist nicht verboten Ja Das ist Gebot Nummer 1 Kein Spaß Kein Spaß haben Oh man Das deprimiert mich so Könntest du aufhören damit? Könntest du aufhören mir die ganze Zeit den In den Weg zu laufen Das weisst du ja gell Dass die M4 im Nahkampf stärker ist als die AK Ja klar weisst du schneller Ich habe gerade einen getötet Der sich irgendwie weg teleportiert hatte Aber irgendwie durch den Server Habe ich ihn trotzdem noch getötet Aber er war schon weg Ich habe einen Slayer geschossen Und dann ist er wahrscheinlich noch neu geswarned Und hat kein Death bekommen Ja ich habe einen Kilo aber gezahlt bekommen Der Kielfi nügt nicht Oh ich habe dich gar nicht getötet Ja Ich so in der Luft gehüpft hast Ich habe einfach geschossen Und irgendwas getroffen Und dann... Oh der neift mich Shit Shit's about to get serious Wapa 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 E E Blue Dabadi Dabada Ok nein keine Ahnung wie es geht Ich habe schon nie vergessen I'm Blue Dabada Global Pipo Bobby Ich bin Blue Dabada 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 Oh echt jetzt? Really nigga? Really nigga? Oh das Kills Jetzt bist du aber abgestiegen Nee Die AWP ist meine Main Warfare Dann ist natürlich Absolut okay Spawnt grad Ich hab'n nachladen Hallo Hat er mich erwischt What Alde Habt ihr nicht mal gesehen Alde Alter dieser CM Storm Ist auch so ein Weirdo Ich schwöre Oh resloading Oh lass guck mal auf Short Oh Jetzt guck auf Short Kann ich bin tot Da badee da badee Alde er könnte Kommt nur Kommt nur Kommt nur What Fuckin fuck Fuckity fuckity fuck Fuck Fuckin fuck Ich hab' dem Typ da grad auf Short Ein Headshot gegeben Was war das für'n Scheiss von Kyren Versucht der mich zu knifen Und ich so mit der AWP so Willi Sie zieht auf ihn so Willi wie du möchtest Ästens knifen Du hast nichts bestes zu tun Das ist dein Versuch Alles klar Dann hab ich geschossen Und sein Kopf flog Drei Kilometer davon Waaast Du hast ihn von seiner Schulter den Kopf runtergeschossen Das ist heftig Ja Weil ein 50k-Lieb im Kopf tut glaub's weh Hab ich gelacht Aber ich glaub nicht dass er dann plötzlich so Glatt einfach weg springt Doch so Es hat so Plopp Und dann war er weg Weißt du so wie so What the fuck in hell Team Fortress 2 hat im Score Das ist voll äh Böse Team Fortress 2 hat ja Gore Also dieses Zersplitten Du kannst ja auch deine Körperteile verlieren Achso ja Also nicht immer Aber es gibt ja Momente Das geht Hab schon mal gesagt Das ist ja diese Spawn Protection House Ja die Spawn Protection Und die Spawns allgemein Ja jetzt stehen plötzlich Vier Leute um mich rum ey Zwei short zwei long What You kidding me Weißt du versuchst einen Peak auf jeden zu machen Dann kommt einer von links Und von rechts Und von vorne Ja ja Ehm Peak I'm deathbatch Kiddo Ja wenn ich weiss dass einer zum Beispiel in Double Dose ist Dann versuch ich den zu peaken Und bevor ich da einfach So Oh ich hab ne Arp Ich geh jetzt einfach da ein Oh shit Du ficking Fick schnitzeliger Ficker Ficker Okay Spielt echt auch nicht legit Der kommt um jede Ecke Zack gibt er dir einen Headshot Mit jeder verschissenen Fickwaffe Oh der uncoole Star Servus Grüß dich Ich weck mich nur auf Fissel wie immer Ja genau Ja und dann hab ich ihn einmal erwischt ey Ohne Spaß Das ist ne Arp auf Goose Da ist ne Arp im Goose Oh Folas kommt da kam Folas ausgeploppt Einiger sass und ich so plopp Hehehe When suddenly a Folas A wild Folas appears Ja weges So manchmal meinsch echt Die in der Spawn Protection dann mit ihren Wer ist das Keine Ahnung Weißt du in der Spawn Protection Hier Arp rausholen Zielen Und dann immer noch in der Spawn Protection Seht Für mich Es wär schon viel einfacher Wenn man einfach das Visierende Arp einfach aus Move zählt Ja schon Ich find jedes Jedes kleine Mausklickchen Ist halt äh Aus der Protection Gut Umschauen vielleicht nicht aber Visieren und Ja eben aber Ich mein wenn du visierst Dann ist das meist aus dem Grund Weil einer vor Du solltest halt nicht so lang Die Protection auch haben Find ich Frau Du hast dich sogar noch ne Sekunde Wenn du loslaufst Hast du sie immer noch ein bisschen Ja Wenn du mal genau hinguckst Die geht erst Noch ne Sekunde rumlaufen Schon weg Ja ich mein du solltest Maximal irgendwie Zwei Sekunden oder so Was haben wir denn überhaupt Weil ansonsten Fängst halt das an Was die Leute machen Sich erst mal chillig umschauen Dann noch die Waffe auswählen Und dann irgendwann Spielen wir mal das Spiel Ja eben Spawn Protection soll zeitlich Begrenzt sein Und nicht so Ja wenn du losläufst Dann irgendwann mal Und nach 20 Sekunden Aber dieses Ding nur auf 10 Sekunden Ja Alter Das ist so Schraub nochmal Okay du musst aber auch sehen Das ist ja auch zum Beinen noch da Du musst ja in der Zeit Das weiraten Ja klar Aber in der Zeit Beischt ja meistens nimmer Weil du eh schon geweiht hast Oder Auto bei halt an hast Wow Können her Kriegst mich mal nicht mehr Mit der Autosneimung zu töten Hat gesagt Dass er nicht gut ist Jetzt mach ich nicht auch noch schlecht Pst Ich hab nicht gesagt Ich mach ihn nicht schlecht Ich hab mir gesagt Wow Ufff 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 Bis zum nächsten Mal.